Hallo liebe Gäste, ja ihr seht richtig, uns gibt es natürlich noch. Und damit das auch so bleibt, auch nach der Krise, brauchen wir eure Unterstützung. Kauft einen Gutschein oder unser Essen und unser blondes To-Go. Alle nötigen Informationen findet ihr über unsere Homepage www.websa-brauhaus.de. Aber vor allem bleibt gesund, damit ihr bald möglichst wieder unser Bier bei uns genießen könnt.